Eiskalte, manipulierende, narzisstische Lügnerin. Damit haben wir es mit Amber Heard zu tun und ihre Lügen sind so lächerlich, dass ich zu eurem Entertainment hier alle unzähligen Beweise gegen sie vortrage. Ja, ich muss mein Video, in dem ich zum ersten Mal Speed mit einem Pornostartester nochmal verschieben. Bei dem Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht es aber um mehr als eine toxische Beziehung zwischen zwei Stars. Es geht hier um die Frage, wie sehr wir den Medien heute noch trauen können, denn die meisten Beweise gegen Amber kursieren schon seit Jahren, aber die Mainstream-Medien weigerten sich größtenteils darüber zu berichten, als glaubwürdige Informanten mit Audios und anderen Beweisen an sie herantraten. Erst als YouTube-Journalisten informiert wurden, kamen einige dieser Infos an die Öffentlichkeit. Falls ihr euch je gewundert habt, warum das Internet jetzt schon auf Depps Seite ist, obwohl der Prozess noch nicht zu Ende ist, YouTuber wie Incredibly Average und Dead Umbrella Guy tragen im Gegensatz zur Mainstream-Presse schon seit Jahren Beweise vor, die zeigen, dass Amber lügt. Warum glaubt ihr, dass die Medien hier überwiegend geschwiegen haben? Wirkten die Informanten auf sie unseriös oder war es einfach ein Tabu, zu Zeiten von MeToo zu berichten, dass einer dieser Fälle ein Fake ist? Egal was der Grund ist, ein Sieg für Johnny in diesem Prozess wäre nicht nur ein Sieg für ihn, sondern auch ein Sieg für alternative Medien, deren Darstellung akkurater war als die der Mainstream-Medien. Es wäre auch ein Sieg für alle Männer, die je mit einer crazy bitch zusammen waren. Sie hat immer wieder geweint, ihre Stimme war sehr brüchig, als sie über intimste Details ihrer Beziehung zu Johnny Depp erzählte. Auf mich persönlich hat sie sehr überzeugend gewirkt. Auf den Dude haben wahrscheinlich auch die schauspielerischen Leistungen in the room überzeugend gewirkt. Eine zentrale Story bei der ganzen Verhandlung ist ein Ereignis in Australien. Laut Depp haben die dort gestritten und am Ende des Streits warf sie eine zerbrochene Wodkaflasche auf ihn, was dann dazu führte, dass er einen Teil seines Fingers verlor. Laut Amber Heard schlug Johnny sie während des Abends mehrmals, verwüstete das Zimmer und steckte ihr die Wodkaflasche in die Mumu. Den Finger hat sich der leidenschaftliche Gitarrist ihre Aussage nach selbst abgeschnitten. Hm, schaden nur, dass es Audioaufnahmen von kurz nach dem Vorfall gibt, die sogar aus irgendeinem Grund von Amber aufgenommen wurden. In diesen Aufnahmen entschuldigt sie sich ständig bei Depp, sagt, dass sie ihn liebt und sagt, dass sie es nicht mit Absicht gemacht hat. Diese vorher gezeigte Audioaufnahme kursiert schon seit über zwei Jahren im Internet, darf aber scheinbar vor Gericht nicht gezeigt werden, weil da neben Amber und Johnny noch zu viele andere Leute zu hören sind. Doch es kommt noch krasser. Sie hatte einen Tag nach der Fingereskalation einen TV-Auftritt, wo man eindeutig keinen blauen Flagg sieht. Sie behauptet, dass sie den mit Make-up weggemacht hat. Doch sogar ihre Stylistin, die da den ganzen Tag mit ihr unterwegs war, um sie für die Show vorzubereiten, hat bereits enthüllt, dass da mit Sicherheit keine blauen Flecken waren. Laut ihrer Aussage müsste sie Johnny eigentlich richtig ordentlich zugerichtet haben. Aber ja, sie hat das wohl einfach mit etwas Concealer weggemacht, ohne dass das ihre Stylistin sah, ohne dass man das in der sehr gut beleuchteten 4K-TV-Show sieht. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele, wo sie behauptet, an einem bestimmten Datum geschlagen worden zu sein, wo es Bilder vom Folgetag gibt, ohne Kratzer oder sonst was. Diese Foto sollte dann noch als Beweis zählen, dass sie geschlagen wurde. Wie bekommt man wohl eher so ein kleines Aua-Aua? Dadurch, dass einen der Ehemann Windel weichschlägt oder dadurch, dass man regelmäßig die Haut von seiner Lippe abbeißt? Zum Glück wurde dieses Foto vor Gericht nicht als Beweismittel zugelassen, weil die Metadaten zeigen, dass das Foto ein Jahr geschossen wurde, bevor Johnny ihrer Behauptung nach zum ersten Mal übergriffig wurde. Allein die Dreistigkeit, das überhaupt einzureichen. Weil die Presse natürlich schon über diese Unstimmigkeit berichtete, hat sie dann diese Woche plötzlich vor Gericht gesagt, dass sie sich falsch erinnert hat. Ups, es war doch ein Jahr früher! Wenn sie von der Misshandlung in der Ehe wirklich so traumatisiert ist, dass sie ständig heulen muss, warum hat sie 2016 dann auch schon die gleichen Geschichten erzählt, nur ohne so emotional zu sein? Heute kann sie an ihrem Peiniger nicht mal vorbeigehen, ohne dass sie zusammenzuckt, aber damals war sie so entspannt vor ihm, dass sie dumm in die Kamera lachen konnte. An einem Tag, wo er besonders aggressiv zu sein scheint, hatte sie da keine Angst, dass er sie schlägt? Außerdem wird sie teilweise bei ihren Geschichten besonders emotional, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Amber hat bei ihren Erzählungen sehr viele Lücken. Sie erinnert sich häufig nicht mehr oder sagt, dass irgendwas keinen Sinn ergab. Ich weiß, wie wir gut kennen, wie wir犯ge, ich weiß, dass sie sagen können. Ich weiß, wie wir ihn gerne wollen, ich es weiß, ob er sich nicht mehr machte oder sehr interessiert. Ich weiß, ob er nicht wann du der Zeit anstrasse Sometime oder nicht, aber ich weiß, ich weiß, was erolé, ich weiß, was erinnert. Ich weiß, was erinnert. Entschuldigung, es ist Flashes. Ich weiß nicht, was er summoned. Ich weiß, was er spricht. Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß, was ich gesagt hat. Ich weiß, was er hat. Ich weiß, wie er... Ich weiß, was er denn angeht. Ist da immer wirklich etwas passiert, das sie nicht mehr weiß oder keinen Sinn ergeben hat? Oder weiß sie gerade nicht, was sie erfinden soll, so damit ihr Lügengerüst nicht zusammenbricht? Sinnvolle Dialoge zu erfinden ist natürlich etwas schwieriger als zu sagen, dass irgendwas gesagt wurde, was keinen Sinn ergab. Ist natürlich sehr praktisch, wenn man Dinge nicht mehr so genau weiß. Als aufgegriffen wird, dass ihrer Erzählung nach Johnny sie gewirkt hat, nachdem er den Finger verlor, sagt sie plötzlich, dass sie sich nicht erinnern kann und sie vermutlich die Reihenfolge vertauscht hatte. Sie sagte aus, dass Johnny eine Handvoll Ecstasy-Tabletten schluckte. Als würde das irgendwer überleben. Des Weiteren sind die Beweise, die Amber Heard-Seite vorträgt, um ihren Case zu untermauern, so schlecht. Sie laden als Expertin Dr. Hughes, eine Psychologin, die sich in ihrer Aussage sicher ist, dass Amber Heard von Johnny Depp geschlagen wurde, obwohl sie Johnny Depp nie selbst getroffen hat. Wie lange hast du mit Mr. Depp gespandt? Ich habe keine Zeit mit Mr. Depp gespandt. Allein die Behauptungen von Amber reichen hier scheinbar, dass sie hier eine professionelle Einschätzung treffen kann. Halt, stopp! Was haben Sie da in den Händen? Ich schwöre, das ist mein Gemälde. Ich habe das nicht von dem Museum da hinten geklaut. Okay, dann dürfen Sie weiter. Ähm, Herr Officer, vielleicht sollten Sie erst noch nach der Meinung des Museumbesitzers fragen, der gerade da hinten angelaufen kommt. Nee, ich denke, der Typ kommt mir eigentlich glaubwürdig genug rüber. Oder was will Ambers Team mit dem Vorlesen folgender SMS beweisen? Warum zeigen Sie diese Aufnahme, wo Johnny Depp einfach nur stöhnt? Ich muss sagen, ich finde die Aufnahme irgendwie immer ziemlich witzig. Wenn es um physische Gewalt geht, hat Johnny Depp Seite Aufnahmen, wo sie selbst zugibt, ihn geschlagen zu haben. In die andere Richtung gibt es nur Aufnahmen, wo einzig und allein SIE davon spricht. Stopp pushing me! Ich habe nicht pushen. Ich habe übrigens auch Beweise, dass meine Freundin mich geschlagen hat. Ah, ah, Steffi, auf mich zu schlagen. Ah, ah, was soll die Scheiße, ah. Auch jedes einzelne Foto, das Amber und ihr Team als Beweis für ihre Misshandlung einreichen, ist lachhaft. Johnny trägt an allen Fingern Ringe, aber auf den Fotos mit ihren Verletzungen muss man mit einer Lupe suchen, um da Verletzungen zu sehen. Als sie von Johnnys Anwältin damit konfrontiert wird, dass viele Dinge, die in ihren Geschichten vorkommen, wie gebrochene, blutige Nasen, Schwellungen, nirgends auf den Fotos zu sehen sind, tut sie ernsthaft so, als würde es auch noch krassere Fotos geben, nur dass diese irgendwie einfach nicht vor Gericht gezeigt werden. Es gibt ein Ereignis, wo Amber behauptete, dass Johnny eine Weinflasche wie ein Baseballschläger verwendete und alles zerschlug und verwüstete. An dem Tag kam die Polizei, wo man allerdings keine Verwüstung auf den Aufnahmen ihrer Bodycams sieht. Zum Glück hat Amber aber diese Verwüstung dokumentiert. Wie mir gerade auffällt, ist meine Wohnung jetzt gerade verwüstet. Steffi, ruf die Polizei, ich glaube, hier war ein Einbrecher. Dieses von Amber fabrizierte Beweisfoto soll ein Bett zeigen, das Johnny mit seinen Schuhen zertreten hat in einem Wutausbruch. Es gibt... Also ich muss gerade die ganze Zeit lachen, weil das ist mein Lieblingsbeweis von allen. Es gibt auf YouTube einen Holzexperten, der genau analysiert, warum so ein Schaden nicht durch einen Schuh entstehen kann. Sowas stammt eher von einem Messer. Und das Messer ist noch auf dem Foto. Upsi! Upsi! Genau an dem Tag, an dem Amber ein Kontaktverbot gegen Johnny beantragt, warten Dutzende Journalisten vor dem Gericht. Kann es sein, dass Ambers Team das an die Presse geleakt hat, damit die ihr Fake-blaues Auge abfilmen können und berichten, dass Johnny Depp äußerst schlimm sein muss, wenn sie schon ein Kontaktverbot gegen ihn beantragt? Pech für sie, dass man sie einen Tag später wieder komplett ohne blaues Auge und auch scheinbar ohne Sorgen erwischt hat. Johnny Depp war zu dem Zeitpunkt drei Wochen in Spanien, sodass der keine Chance hatte, sich zu wehren. Warum brauchte Amber ausgerechnet dann so dringend Schutz vor ihm, als er drei Wochen nicht da war? Heute sagt sie natürlich, dass sie mit dem Erscheinen der Presse nichts zu tun hat und dass sie voll negativ überrascht war davon. Obwohl es Aufnahmen von ihr gibt, wo sie es fast zugibt, ihr Anwalt sie aber davon abhält, es zu sagen. Dass die Schminkmarke Amica, mit der Amber angeblich die blauen Flecken überschminkt hat, preisgegeben hat, dass es die Schminke damals noch gar nicht gab, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber kennt ihr schon den Hilarious Clip, in dem diese Marke vor Gericht erstmals thematisiert wird? Ich weiß nicht. Und wiederum, wisst ihr, ob sie eine Amica-Creme war? Sir, wenn ihr die Frage einfach beantwortet könnt, können wir das Wort. Ich bin total sorry. Amber Heard erzählte vor Gericht, dass Johnny einen Hund aus dem fahrenden Auge gehalten hat. Obwohl sie diejenige war, die nachweislich das Leben ihrer eigenen Hunde riskiert hat, dadurch, dass sie sie unerlaubterweise nach Australien geschmuggelt hat, wo die Tiere häufig eingeschläfert werden, wenn das Schmuggeln aufliegt. Obwohl sie von einem Assistenten davor gewarnt wurde, dass aus dem Grund nichts zu tun, tat sie es und als es aufflog, brachte sie auch noch eine andere Person dazu, für sie zu lügen und so zu tun, als wäre es nicht ihre Schuld. Laut einigen Gerichtsdokumenten hat sie nach der Scheidung einen Hund von Johnny Depp an ihren Vater übergeben, der bereits verurteilt wurde, weil er Pitbull-Todeskämpfe organisiert hat. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Amber Heard gewalttätig gegenüber ihrer Ex-Freundin wurde und dafür auch schon eine Nacht im Gefängnis verbringen musste. Der einen involvierten Polizistin wurde dann Homophobie vorgeworfen, obwohl die Polizistin selbst homosexuell war. Amber Heard behauptete außerdem, dass sie die Millionen, die sie vom ersten Gerichtsprozess von Johnny Depp behalten hat, komplett an wohltätige Organisationen gespendet hat. Diese Organisationen leugnen das. So it's fair to say that she has not donated 3.5 million dollars as of today to the ACLU, true? True. Ihre Verteidigung vor Gericht, warum sie bis jetzt noch fast nichts gespendet hatte, war, weil sie es über einen längeren Zeitraum spenden wollte. Des Weiteren hat Johnny sie ja jetzt angeklagt, weshalb sie nicht mehr weiterspenden konnte, weil sie das Geld für die Klage gebraucht hat. Ihre letzte Zahlung hat sie allerdings 13 Monate vor der Anklage getätigt. Außerdem hat sie mehrmals behauptet, dass sie schon alles gespendet hat. People were saying, this is all about the money, but then you did something that twisted that whole argument. What did you do with that money? Seven million dollars in total was donated to... I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. Warum sagte sie da, dass sie schon alles gespendet hat, wenn es damals nicht ansatzweise der Fall war? Doch nicht etwa, weil sie dachte, dass sie damit davonkommt, wenn die Leute denken, dass sie es schon gespendet hat? Ihre Ausrede vor Gericht war hier ernsthaft, dass sie die Wörter spenden und versprechen etwas zu spenden als Synonyme verwendet. Sitting here today, you have not donated the seven million dollars... Donated, not pledged, donated the seven million dollars Divorce Settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. So, hier noch ein paar weitere Audioaufnahmen, die zeigen, dass sie eindeutig nicht das unschuldige Opfer war, sondern der Aggressor. You can't run away every fight, but I was hitting you, it was not punching you. That's the difference between me and you, you're a fucking baby. Because you start physical fights? You're such a baby, go the fuck off, Johnny. Because you start physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there. Yes, you did, so you did the right thing. Ja, der Johnny Depp, der sie geschlagen haben soll, ist ihrer Ansicht nach eine Memme, weil er sich Konfrontationen entzieht. I'm not gonna be in a physical fucking altercation with you. Then don't. You fucking hit me last night, you fucking... I'm not gonna get into the details of that fight. You run away every single fight. I'm not the one who fucking throws fucking pots and whatever the fucking else at me. I can't promise you, I want to get physical, thank God, I fucking sometimes get so mad and lose it. Hm, wer kam hier eher als Initiator physischer Gewalt rüber? Come on, go be a real married man, go deal with your shit the way that a man does. Go run to the next house. Fucking crap. And you got everybody out here, almost pulled back. Oh, you're a joke. Yeah, I'm the joke in the industry, Amber. Aquaman. Oh. Es gibt dann noch etliche Videos von Körpersprache-Experten, die alle zu dem Schluss kommen, dass das Verhalten von Amber Heard fake ist. She doesn't say he pulled me by the hair, she goes pull me by the hair. Why is she taking the role of the aggressor with her gestures? That's really weird. Neben den fehlenden Tränen, das für mich klarste Indiz dafür, dass sie faked ist, dass sie wie ein Theaterdarsteller immer in alle Richtungen schaut, dass keiner was verpasst, während echte Opfer sehr viel häufiger beschämt nach unten sehen. Was geht in Amber Heards Kopf vor? Wenn es so viele eindeutige Beweise gegen sie gibt, warum wagt sie es dann trotzdem noch solche Geschichten zu erfinden? Der Grund ist vermutlich folgender. Sie versucht jetzt einfach möglichst krasse Geschichten zu erfinden, wie dass Johnny sie mit einer Weinflasche penetriert hat, die zwar für jeden, der genauer hinschaut, offensichtlich gelogen sind, aber es vielleicht trotzdem mit irgendwelche Headlines schaffen, sodass sie vielleicht die Gunst von Menschen gewinnen kann, die sich nur oberflächlich damit beschäftigen. Die Medien machen natürlich bei ihrem Spiel mit und glauben ihr teilweise sogar. Ja, Johnny Depp hat scheinbar auch ein paar uncoole Dinge in der Beziehung gebracht, aber Amber Heard ist hier auf einem komplett anderen Level unterwegs. Sie fucking fake weint. Boah Leute, das Video hat echt deutlich länger gebraucht mit der Erstellung, als ich dachte, weil ich teils wirklich 30 bis 50 Stunden Material von dem Gerichtsprozess durchschauen musste, um die entsprechenden Stellen zu finden, die ich referenzieren wollte. Falls ihr die Arbeit auf diesem Kabal unterstützen wollt, gönnt euch doch gerne was im Open Mind Shop, wie zum Beispiel den beliebten Projektor 3000. Rabatt gibt es im angepinnten Kommentar. Immer wenn ich ein Video mache, das etwas off-topic ist, verbringe ich total viel Zeit damit, irgendwie der Audience zu erklären, warum das Video gewissermaßen doch was mit Drogen zu tun hat. Da werde ich ab jetzt drauf verzichten. Manchmal habe ich einfach Bock auf andere Videos wie dieses hier. Vielleicht kommt nächste Woche dann wirklich mein Pornostars Beat Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal. Aber ich weiß nicht, warum immer tagiere was mir Platt. Vielen Dank.